Mario ist leidenschaftlicher Koch und kennt die aktuellen Trends und Herausforderungen. Unsere Essgewohnheiten verändern sich. In wenigen Jahren werden 80% der Haushalte aus ein bis zwei Personen bestehen. Dazu kommt die Flexibilisierung unseres Arbeitslebens und die Tatsache, dass wir uns immer weniger Zeit zum Kochen nehmen. Doch die Anforderungen wachsen. Schnelles, gesundes, abwechslungsreiches Essen zu jeder Tageszeit, Local Food und die Möglichkeit zum Online-Bestellen. Mario konnte schnell ein Take-away-Angebot erarbeiten und seinen Gästen mittags ein leckeres Gericht bieten. Aber schon um halb eins war das Essen nicht mehr warm, schmeckte weniger frisch und auch die Nährstoffe gingen verloren. Bis jetzt stand Mario schon frühmorgens in der Küche, um am Mittag die leckeren Gerichte über die Gasse zu verkaufen. Dazu kommt, dass er nie wusste, wie viele Gerichte er verkaufen würde. Das hieß, entweder Essen wegwerfen oder Fehlverkäufe. Die Einnahmen konnten seinen Lohn und den seiner Köchin Anja nicht decken. Doch Anja erzählt Mario von Cool2Go. Ein modulares Startpaket von Hugentobler, um das eigene Take-away und Delivery mit System und Rentabel umzusetzen. Ein Coach der Gastro-Perspektiv schult Mario vor Ort in die neuen Prozesse ein. So kocht er seine Gerichte nun zeitunabhängig vor und kühlt sie anschließend runter. Schnell wie die Grossindustrie und ohne Verlust von Vitaminen und Nährstoffen. Außerdem sind dadurch seine Gerichte über Wochen oder Monate haltbar. Mario füllt seine Gerichte portionsweise in umweltfreundliche Verpackungen ab. Heute kocht er eine Produktion von 100 Portionen Stroganoff vor. Die Gerichte etikettiert er mit den notwendigen Deklarationen. Frank bestellt drei Mittagessen bei Mario. Dieser nimmt die Bestellung im Cool2Go-Shop entgegen. Frank bezahlt und holt sein Essen ab. Auf der Etikette findet er die Anleitung, wie er das Gericht richtig aufbereitet und serviert. Das Ergebnis? Exzellent! Mario ist begeistert von Cool2Go. Nebst dem laufenden Restaurantgeschäft verkauft er mit wenig Aufwand zusätzliche Menüs über den Shop. Den Schockfroster mietet er unkompliziert und generiert damit einen 20 Mal höheren Gewinn, als ihn die Gerätemiete kostet. Er kocht in grösseren Mengen, frisch und seine Produkte sind länger haltbar. Anja ist begeistert von den neuen Arbeitszeiten und von der Lohnerhöhung. Die Qualität der Gerichte ist konstant top und das Takeaway-Angebot grösser und vielfältiger. Mehr über Cool2Go erfahren? Lassen Sie sich das Takeaway der Zukunft vor Ort zeigen.